Hallo liebe Plüschis und herzlich Willkommen zurück bei einem weiteren Let's Buy von Star Stable. Und ja, ihr wisst schon, da ich das alles in einer Woche, also in einer Woche aufgenommen habe, weil zu dem Zeitpunkt, wo dieses Let's Buy hier rauskommt, also veröffentlicht wird, gibt es diese Pferde nicht mehr, selbst als ich Diamond Rain, also das von Diamond Rain wird eine Woche vorher rauskommen, selbst als ab dem Zeitpunkt gibt es die Pferde nicht mehr, da müsst ihr dann warten, bis das nächste Mal der Typ auftaucht, denn wir kaufen uns heute das letzte Urpferd, was zur Verfügung steht, was da steht, das Blaue, das Schwarze und das Lilane habe ich ja schon, das Schwarz-Rot und das Innerne und das Blaue wird heute unser letztes Urpferd sein, was wir uns holen werden. Wenn beim nächsten Mal der wieder drei neue Urpferde hat, dann werden wir uns die natürlich auch kaufen. Das Einzige, was mich an diesem hübschen Pferd leider so ziemlich schört, ist, dass die es hier innen eine Naht hat, so als ob man das so aufgeklappt hätte, da das Ganze reingestopft hätte, Innereien und Füllung und bla 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 und es dann vorne wieder zugenäht hätte, aber, äh, naja, okay. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon an meinem Kontostand seht, hat unter den Urpferden mein Starcoins-Bestand ein bisschen gelitten und ich muss bis zum nächsten doppelten Starcoins-Wochenende warten, da es heute diese Woche oder nächste Woche sein müsste. Ich hoffe, ich vergesse es dann wieder nicht. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mir überlegt, dass das Pferd was mit, ähm, dem Himmel zu tun haben soll. Deswegen möchte ich es gerne, ähm, Sky mit, irgendwas mit Sky nennen und ich habe schöne Sachen mit Sky von euch, ähm, geschickt bekommen. Das hatten wir das letzte Mal, das ist gemein. Ja, genau. Und zwar werde ich, ähm, von der Rita Slow Girl, danke nochmal an die, äh, Rita Slow Girl für den tollen, äh, Namensvorschlag. Und zwar wird sie, ähm, hier haben wir es doch irgendwo, da, wird sie Sky Queen heißen. Sie wird jetzt zu meinem Heimatstall gebracht. Wir werden heute uns auch nur die Tasche und das Tier holen, weil ansonsten habe ich nicht mehr genug Starcoins. Da müsste ich dann bis zum Wochenende warten, bis ich mir den Kopfschmuck des Pferdes holen kann. Das wird dann unser, äh, werde ich heute dann im Off machen, dass, ähm, den Kopfschmuck holen. Das heißt, wir werden es heute nur bis nach Volk hinter reiten. Und das nächste Pferd, was wir uns voraussichtlich holen werden, äh, wird, ähm, ein Morab sein. Das was, ja, dann werden wir wieder zu unserer alten, ähm, Struktur wieder zurückkommen. Wir haben ja jetzt, jetzt am Mittwoch und nächste Woche Mittwoch haben wir ja noch. Äh, genau. Dann müsste ich mal gucken, dann sind die beiden Wochenenden ja vorbei. Und wir haben ab sofort den Stall wieder voll, boah, ich brauche größere Stelle. Ich brauche dringend die größeren Stelle. Star Stable Entwickler Team, hört ihr mich? Ich brauche ganz dringend größere Stelle. Ganz, ganz, ganz dringend. So, wir stellen Diamond Rain hier jetzt mal ab. Und dann sehe ich sie auch schon, unsere Sky Queen. Das ist ein toller Name. Ich habe auch einen tollen Namen für die gefunden und zwar Blue Magic. Aber den habe ich dann auch von, ähm, Dings hier gehabt. Von einer, ähm, von einer Spielerin, die ich vor meinem Heimatstall gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, das kannst du nicht bringen, das gleiche Pferd Blue Magic zu nennen. Deswegen habe ich mich für den Namen Sky Queen entschieden. Passt auch ganz schön mit den Knien hier, so wie die Wolken und das Blau und dann der Himmel. Und unsere, das ist unsere, das ist unsere kleine Queen. Und jetzt ist sie grau. Jetzt ist Sky Queen grau. Jetzt sieht sie mehr aus wie ein Hengst. So, wir werden nicht, äh, den Dings nehmen. Wir werden uns auch den Weg nach Fort Pinter machen, über den Sumpf. Und anders geht es auch leider nicht, weil ich komme immer noch nicht über die Brücke nach Südhof. Ich hoffe, das wird mit dem nächsten Update gefixt, äh, dass man wieder über die Brücke nach Südhof kommt. Weil das ist wahrscheinlich nicht nur das einzige Problem, was ich habe. Da habe ich schon gesehen, das haben viele Leute, die dann auf einmal über die Brücke, die die fertiggestellt haben, nicht mehr nach Südhof kommen. Das war ja ein Grund, warum ich hier nach Epona gezogen bin, damit ich schnell nach Südhof komme. Aber jetzt durch die Brücke muss ich doch leider wieder andersrum über Fort Pinter reiten. Und jetzt wächst die magische Kraft und unsere Sky Queen wird wieder Sky Queen, indem sie wieder blau wird. Yay! Oh, ich finde das so toll. Ich habe eine Gruppenanfrage bekommen. Von wem? Nein. Während ich aufnehme, nehme ich keine Gruppenanfragen an. So. Die magische Kraft verringert sich und jetzt ist sie wieder grau. Da passt die Decke nicht so ganz zu, aber ist ja egal. So. Wer möchte zu den Oak Moons? Wer will Reiterhub mit Love? Egal welches Bett, egal welches Level der will. Sagt Nia. Für jemanden Reiterhub zu zweit. Wer möchte zu den Watermanes? Möchte der Wild Horse spielen? Das ist alles. Das sind so die normalen Standardsfragen im Chat. So. Möchte jemand das? Möchte jemand dies? Möchte jemand Wild Horse spielen? Möchte jemand das spielen? Möchte jemand dies spielen? Möchte jemand zu dem und dem Club? Also das ist wirklich die Standardfrage in Star Stable. Möchte jemand das? Möchte jemand dies? Und deswegen beschäftige ich mich auch nie wirklich mit dem Chat. Das ist nicht so mein Gebiet. Und mit Sky Queen werde ich wahrscheinlich ein Foto in Dings machen. Und Dings kommt immer gut. In Dinotal, genau. Im Dinotal. Weil das sieht mir sehr in einer unzivilisierter Welt aus. Da würde ich mir mal überlegen, dass die da wahrscheinlich die ganze Zeit blau sein wird. Weil hier gibt es ja doch schon sehr wenige Sachen, wo die ja blau sind oder... Oder auch Lila oder Schwarz-Rot. Es gibt sehr wenige Stellen, habe ich mich ja in einem Video, ich glaube das zweite Video vor dem zweiten Letztweil von dem Urpferd schon drüber beschwert, dass es so wenige Stellen gibt, wo die Urpferde ihre normale Farbe annehmen. Finde ich ist ein kleiner Kritikpunkt von den Tieren, aber so an sich sind sie total knuffig. Boah, ich wäre vielleicht für so ein Urpferd, das so pink wäre und dann in weiß übergeht. Das wäre vielleicht auch ganz knuffig. Auch wenn das dann das pinke Einhorn werden wird im Internet, ist es sehr total knuffig aus. Dann siehst du überall noch die Videos und dann so pink fluffy Unicorns. Ach komm, lassen wir das. Pink fluffy... Ich habe mir selber ein Ohrbogen gesetzt, das ist so schlimm. Pink fluffy Unicorns and King of Rainbows. Nein, lass es. Du willst deine Zuschauer doch nicht wegquälen. Ah, nein. Dieses Lied, das hat sich in mein Gehirn gebrannt. Aber das Einhorn ist schon süß. Es gibt ja auch... Boah, ich bin so müde heute. Es gibt ja auch eine Version mit dem pink plüschigen Einhorn von My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony. Ich bin heute schon ein bisschen irre. Auch wenn ich so strikt gegen pinke Plüsch-Sachen bin. Aber das Lied fand ich dann doch ganz, ganz, ganz witzig. Und auch so ein pinkes Pferd in Star Stable. Ich meine, klar, es wird langsam, langsam aber sicher wird Star Stable ein wenig lächerlich auch schon mit den bunten Pferden. Obwohl ich es doch dann doch wieder eigentlich ganz süß finde, dass sie in der Zivilisation nicht ihre komplette... Da war wieder ein Gehler. Doch nicht ihre komplette Vielfalt und Farbenvielfalt zeigen. So, dann wollen wir uns doch hier mal jetzt ein neues Klamättchen für das Pferdchen holen. So, das kann man gerade noch eben so bezahlen. Genau wie wir das Häschen gerade eben noch so bezahlen können. Häschen. Achso, das ist die alte kaputte Satteltasche. Aber jetzt fehlen uns dann genau 5 Star Coins, um die Blume zu holen. Ich glaube, es gibt keinen Kopfschmuck für 5 Star... äh, für 10 Star Coins. Das heißt, wir müssen bis zum nächsten Wochenende warten. Bis zum nächsten Samstag, bis wir uns zahlen können. Das ist unsere Sky Queen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann bald auch schon wieder. Ciao, ciao! Ciao, ciao!